Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie hier an der Privatuniversität Schloss Seeburg, die ihr hinter mir seht. Am 22. September starten wir hier unseren vierten Diplom-Lehrgang Online-Marketing-Manager. Worum geht's? Zehn volle Präsenztage mit Top-Dozenten. Zwei Tage volle Pulle, feinste Inhalte von Karl Graz, Markus Tandler, absolute Dröhnung, eineinhalb Tage, Philipp Roth, Thomas Sommeregger, Christiane Sohn und ich als euer Studienleiter. Und der Rest passiert online über unserer Online-Lernplattform. Ein Top-Kurs, 2950 Euro, Plätze sind noch frei. Würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet. Schaut einfach mal unten auf das Formular. Da habe ich die Sachen rein, die für euch interessant sind. Und wie gesagt, das ist ein wunderschönes Ambiente. Ihr seht hier unsere Privatuniversität im Hintergrund. Am 22. September ist auch ein Top-Wetter hier. Also, ich würde mich freuen, wenn ich euch sehe und lest euch das mal durch. Und wenn ihr selber kein Interesse habt, wäre es schön, wenn ihr einfach das verteilt an Leute, die Interesse haben. Danke, euer Karl Peter und tschüss.